Ich liefere meine Kollegin Astrid Rolle ab, beim Oberkommissar Seeler. Und zwar, Herr Oberkommissar, diese Frau stellt mir schlechte Fragen. Das gibt's doch nicht. Das kennen wir aber, sie ist ja polizeilich schon bekannt hier, ne? Wenn wir dann alles in Ruhe klären, würde ich sagen, ne? Und dann bringst du sie einfach mit, kommende Mittwoch beim Talk der offenen Tür, hier.